Bastian hat sich immer für die Familie aufgeopfert. Und jetzt legt ihr ihn einfach ab. Ich will dir nicht zuarbeiten. Dafür habe ich zu viele Opfer für diese Familie gebracht. Das heißt, du lässt dich einfach von deiner Familie rauswerfen, nach allem, was du für sie getan hast. Fang doch mal an, deine Interessen zu vertreten. Mama? Papa? Das ist die Familie, für die sich zu kämpfen lohnt. Hiermit erklärt das neue No Limits für Eröffnet! Ich bin so froh, dass du so mutig nach vorne guckst. Jetzt nach der Trennung mit Christian. Du wirst sehen, alles wird gut. Du musst es Giselle sagen. Du meinst, wie sie reagieren? Zwei Jahre wegen Betrunkenheit und Fahrerflucht. Wenn du das Gefühl hast, dass der Mann deine große Liebe ist, dann kannst du jetzt nicht zurückstecken. So einfach war ich es dir nicht.